Ein kleiner Junge hat sich im Wald verlaufen und will seine Eltern wiederfinden, doch eine merkwürdige Kreatur wurde in der Nähe gesichtet und du bist ganz allein. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tjolfer und herzlich willkommen zu Left Alone, mal wieder ein schönes kleines Indie-Horrorspiel, bei dem wir ganz alleine sind, im Wald mit Mon-Mon-Monster. Eigentlich so wie immer, ne? Das ist nichts Neues. Jedenfalls spielen wir in diesem Spiel einen kleinen Jungen, haben uns im Wald verlaufen, irgendein Monster ist in der Nähe, wir müssen den Ausweg finden. Toll. So Freunde, wir sind jetzt auch schon im Wald, es gab zwar nur ein Tutorial-Level, aber das habe ich einfach mal übersprungen, weil ihr kennt mich ja, ich bin Profi, ich brauch das nicht. Was ist das? Oh, ich muss... Hä? Das sind Batterien. Okay, ich kann Batterien aufheben. Ich muss scheinbar irgendwelche Spielzeuge sammeln. Oh, da hinten kommt Nebel. Also, in der Spielbeschreibung stand, wenn Nebel kommt, kommt das Monster. Fucking hell. Okay, ich habe Batterien aufgehoben. Also muss ich scheinbar auch Batterien sammeln. Alter, der Nebel ist übelst schnell. Ich muss also scheinbar Batterien sammeln? Und Spielzeuge? What the shit? Das verstehe ich nicht. Okay, der Nebel kommt da hinten. Ich weiß nicht, ob der Nebel jetzt nur um das Monster ist. Oder... Alter, was ist das denn für ein Spielplatz? Der ist ja für zwei Meter Menschen. What the fuck? Okay, ähm... Also, ich weiß nicht, ob das Monster sich jetzt nur im Nebel aufhält. Oder ob der Nebel sich langsam über dieses ganze Gebiet ausbreitet. I have no fucking clue. Okay, warte mal. Kann ich hier hochgehen? Kann ich sogar. Lol, nice. Aber das hilft mir nichts, oder? Kann ich springen? Ich kann springen. Dann kann ich bestimmt... Yo! Kann ich mich dann hier in dem Gerüst verstecken vor dem Vieh? Ich meine, der Nebel ist jetzt unter mir, oder? Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall geblitzt übel gerade. Oh, scheiße. Scheiße. Da drüben ist ein Spielzeug. Schnell, 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 schnell. Okay. Haben wir, haben wir, haben wir. Okay, ist das Vieh hier irgendwo? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich gerade im Nebel drinne bin. Ich glaube aber schon. Ey, Alter, das ist voll merkwürdig. Das ist richtig komisch. Ist das hier irgendwo? Warte mal, ich gehe jetzt mal hier runter. Holy fucking shit. Da hinten ist der Nebel. Okay. Er kommt aber nicht zu mir hin, oder? Ich sehe auch nichts. Ich sehe kein Vieh, gar nichts. Ey, keiner... Doch, da hinten habe ich was gesehen. Oh! Ja! Ja, man hört es auch. Oh! Oh, toll! Ich freue mich, Alter. Welche Eltern lassen überhaupt ihr Kind alleine hier im Wald? Das kann doch nicht angehen. Und noch ein Spielzeug. Ich weiß übrigens nicht, wie viele Spielzeuge ich finden muss. Das stand nicht in der Spielbeschreibung. Also, ich habe keine Ahnung, was genau das Ziel ist. Also, ich habe keine Ahnung, was ich finden muss. Ähm, also, wir wissen, dass wir Spielzeug finden müssen. Batterien. Sehr gut. Oh! Was ist das? Das klang ungut. Okay. Da hinten ist also immer noch der Nebel. Also, Leute, ich weiß nicht, ob der Nebel jetzt zu bedeuten hat, dass das Monster nur da hinten ist. Oder... Oh ja, definitiv. Ja, das hat das definitiv... Oh, fucking hell. Definitiv hat es das zu bedeuten. Der Nebel bewegt sich auf jeden Fall. Ich dachte gerade, der Nebel ist stationär und bleibt da. Aber tut er nicht. Batterien? Aufheben. Ah, die Batterien machen die Geräusche. Okay. Also, der Nebel war uns auf jeden Fall... Er folgt uns. Doch, muss ich... Ja. Da... Bitte, nein. Alter. Also, das Ding ist auf jeden Fall im Nebel. Das ist schon mal gut. Aber seht ihr das? Das Ding zieht sich auch zurück. Das folgt uns nur bedingt. Also, das folgt uns nicht die ganze Zeit. Das ist wohl irgendwie da hinten. Und wenn ich jetzt zu nahe komme, nähert sich der Nebel mir. Okay. Pick-up-Toy. Wo? Geh, bitte. Bitte geh wieder. Jetzt zieht er sich wieder zurück. Da vorne war gerade auf jeden Fall ein Spielzeug irgendwo. Geh zurück, Nebel. Go back. Kommt er wieder zu mir? Kommt er zu... Ja, er kommt er. Er kommt definitiv zu mir. Aber immer nur bis dahin. Oder? Ich geh jetzt mal hier außen rum. Ey, das ist richtig komisch. Ich weiß auch nicht, wo das Vieh ist. Das ist auf jeden Fall im Nebel drin. Hundertprozentig. Da hinten ist der andere Spielplatz. Okay. Weil es gibt zwei Spielplätze hier in diesem Wald. So viel stand in der Spielbeschreibung. Ey, Dude. Alter. Kommt das jetzt näher? Jupp. Jupp, jupp. Batterien. Batterien. Oh, shit. Ich kann nicht mehr sprinten. Geh doch. Oh, fuck. Es ist... Es ist... Der Nebel hat mich. Der Nebel hat mich. Nein, 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 nein. Oh, fucking hell. Oh. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Bitte geh wieder. Bitte hau ab. Hier müssen irgendwo noch Spielzeuge sein. Alter. Da ist eins. Jawohl. Vier. Vier. Wie viele brauche ich denn? Oh, der Nebel folgt mir. Er folgt mir. Scheiße, Alter. Ist hier noch was? Nope. Folgt er mir? Nee, keine Ahnung. Jetzt liegt er wieder da. Ganz stationär. Jetzt gleich näher, dass ich mir wieder... Aber ich muss zu dem anderen Spielplatz. Ich muss zum zweiten Spielplatz. Den einen haben wir ja schon untersucht. Ich muss aber zum zweiten. Ey, scheiße. Was für ein krankes Spiel ist das? Okay, ich glaube, da drüben ist noch Spielzeug. Warte mal. Hier war eben auf jeden Fall irgendwo eins. Da stand Pickup Toy, aber ich habe es nicht gefunden. Hier vielleicht? Hier ist was. Jawohl. Fünf. War es das schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel ich brauche. Wirklich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht zwölf. Vielleicht nur zehn. Vielleicht acht. Wie bei Slenderman? Acht Seiten. Keine Ahnung. Okay. Da hinten ist ja der eine Spielplatz. Ich habe mich verlaufen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. So, Moment. Ist das da jetzt der erste? Oder ist das der zweite Spielplatz? Ne, das ist der zweite. Definitiv der zweite. Okay, warte mal. Wo ist denn der Nebel? Da hinten irgendwo. Okay. Dann sehe ich mich jetzt hier erst einmal um. Hier ist nochmal Batterie. Komm, spring hoch. Einmal Batterie. Kommt der nach hier hinten? Ne, kommt der nicht. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Gehen wir mal hier hoch. Ganz ruhig. Oder ist das der erste Spielplatz? Ist das der erste Spielplatz? Ich weiß es echt nicht gerade. Keine Ahnung. Warte, ich gehe mal hier hoch. Ist das... Das ist der erste. Deswegen kommt es nicht hier hin. Wäre auch zu einfach gewesen, hä? Oh, oh. Ich dachte schon, ich fahre runter. Okay. Gut, dann warte. Ich gehe jetzt zum zweiten. Ich gehe jetzt zum zweiten Spielplatz. Wir werden uns da alles holen, was wir brauchen. Und dann gehen wir einfach nach Hause. Bitte, bitte. Ja? Bleib da drüben. Ihr habt dir nichts getan. Ich bin kein Feind von Nebel. Ich bin für Nebel. Ich bin pro Nebel. Du kannst ruhig da bleiben. Da drüben aber. Nicht... Oh. Toy. Wir haben sechs. Wir haben sechs. Okay. Okay, der Nebel ist auf jeden Fall hart fixiert auf den zweiten Spielplatz, Mann. Der hat richtig Bock da drauf. Oh, shit. Fucking hell. Okay, warte. Ich muss die Treppe hoch. Ich muss einfach die Treppe hoch schaffen. Vielleicht folgt der mir dann nicht mehr. Warte. Warte. Treppe hoch. Treppe hoch. Treppe hoch. Treppe hoch. Treppe hoch. Okay. Okay. Wo ist das Vieh? Keine Ahnung. Der Nebel. Alter. Scheiße. Alter, ist das laut. Ist das Vieh hier irgendwo? Das ist hier nicht, oder? Oh, oh. 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 Der Nebel kommt hier hoch. Oder was? Oder was ist das jetzt? Geh gefälligst weiter, Alter. Hau ab jetzt. Da unten ist das Vieh. Da unten. Was ist denn das für ein Teil? Das kommt auf jeden Fall nicht hier hoch. Es springt. Seht ihr das? Es springt. Mit dem Vieh springt der Nebel. Aber es kriegt uns nicht. Es kommt hier nicht hin. Nice. Nice, nice. Da drüben läuft es. Ah, es kann nichts machen. Oh, wir sind hier auf jeden Fall safe. Aber ich habe noch nicht alles gefunden. Ich habe noch lange nicht alles gefunden. Okay, Freunde. Ich werde jetzt einfach mal gucken. Ihr seht ja, da drüben ist noch eine Treppe. Ich schätze mal, da muss ich hoch. Und da unten leuchtet auch irgendwas. Ich schätze mal, da ist auch noch ein Spielzeug versteckt. Ich denke einfach mal, ich brauche Acht. Wie bei Slender. Ich werde mich jetzt einfach mal in einer Tollküter... Oh, ich glaube, das war eine dumme Idee. Ich glaube, das war eine dumme Idee. Wo ist es hin? Lol, wo ist es hin? Fuck, wo ist es hin? Ist auf jeden Fall weg. Das ist nicht gut. Du gewinnst. Hä? Was ist denn das? Ich habe einfach gew... Okay. Wir haben gewonnen. Easy. What the fuck? What the fuck? Was ist das? Wer macht solche Spiele? Ich verstehe es nicht. Okay, Freunde. Das war Left Alone. Man muss scheinbar nur sieben Spielzeuge finden. Keine Acht. Das Monster war komisch. Hat uns nicht gekriegt. Schwarzer Nebel. Wir gewinnen. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Tümmer verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.